Ja, gerade in den Zimmern. Brügge gibt nicht auf, Glanzparade Ziele. Oh, ich habe schon wieder drei Sachen verpasst in vier Minuten. Ach ja, wir werden übrigens, falls jemand die gute Honeyball verfolgt, für die darf man ja ein bisschen mal Werbung machen. Dann machen wir Werbung für uns und nicht für andere. Wir haben es ja nötig. Aber ich meine, die anderen Leute sind ja auch gut. Ja, das ist natürlich so gut. Haben natürlich auch viel mehr Erfahrung, machen das schon viel, viel länger. Auf jeden Fall, worauf Chris hinaus wollte. Es geht um ein Adventure-Map-Bauer. Was? Saft? Minecraft. Minecraft, genau. Let's Play-Gedöns. Genau. Und werden wir auf jeden Fall mitmachen. Also es wird so laufen, man kann Adventure-Maps einschicken bis Mitte März, glaube ich. 15. März oder sowas. Und die gute Honeyball sucht dann welche aus. Ich weiß gar nicht, ob sie die auch anguckt. Oder zum Fallsprinzip, das weiß ich gar nicht gerade so genau. Muss ich gestehen. Ähm, ähm, äh, ich hab höhere Angst, ich will nicht runter. Ähm. Ähm, ja. und die werden dann frei gegeben und wir werden ja auf jeden fall mit zocken genau also danach wird es ist kein wettbewerb aber sie will damit halt auch andere let's player fördern also die gerade erst angefangen haben zum beispiel und so was und und da hatten untergefallen ja von oben und wir hatten auf jeden fall uns vorgenommen damit zu machen also einfach bekanntheitsgrad steigern und sowas sowas alles adventure map wollen wir eventuell auch machen eventuell das war sehr intelligent weil man jetzt nicht mal hier hoch kommt doch hier so eine treppe hier leiter ich bin auch schon dabei deswegen baue ich doch ja schon zu ja 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 komm mal runter was die jetzt nicht so aufregen hier doch das ist das ich glaube die leiter passt noch nicht so ganz wenn nie dann an der steine davor mal schauen also mitmachen und machen wir dann oben ab machen wir oben und haast und drauf würde ich sagen ich renn wieder viel zu schnell aber ich weiß dass ich mir das ja aber das ist auf jeden fall ein geräumiges dachbötchen 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 hält diese wasser und block daneben gesetzt der gibt doch keinen sinn hat der soll auch weg ja ich glaube ich habe wieder keine verbindung zum server weil er die ganzen blöcke wieder abbaut und ich bin bin ich raus vor dem blöcke wieder hin jo ist klar hast du doppelt nein leider nicht schade ich möchte sich alles die connection ist gerade echt miserabel hier also wenn die leute von den anderen aufnahmen besser keine ahnung was er jetzt hier macht an dem ball gar nichts merkwürdig bei mir na falsch gesetzt ich habe ich kann mich nicht beschweren ach so ne hier nur ein rüber natürlich hier wurde mein holzblock gucken was ich hier so ein zwischending noch so lang weiß noch guck und was soll das bringen und stützbalken ach so einfach nur sind stützbalken einfach optikal machen haben im raum ein bisschen licht so ich bin gleich out of the app passt nicht so so Und da war ich nicht da. Auch nicht. Verdammt. Komm schon. So, und zack. So. Und runter. Das ist auch nicht. Wo setzt du denn überall Blöcke hin? Aus Versehen aber nur. Neben einer Workbench, nach warte. Der sah aber sogar fast gut aus, der Block, ne, der Workbench. Fast. Wenn man da nie mit noch Bücherregale hochgezogen hätte oder sowas. Ja, gibt es aber leider noch nicht. Gibt es schon, aber haben wir noch nicht so. Was hat das? So. Ich habe, warte mal, hast du Bierregale gesagt? Das habe ich gesagt. Oder was ich ja, egal, gesagt. Ach, Bücherregale. Was hast du denn gesagt? Ich habe Bierregale verstanden, deswegen. Oh, der fährt ja geil. Ja, eben. Dann sehe daneben alles gut aus. Warte mal, ich ziehe. Ich brauche Holz, ich die Holzfarm. Äh, ja, ich habe knapp zwei Stacks noch. Und das ist Tag, also perfekt. Sollt ihr vielleicht hier unten ein Fenster reinbauen, dass ihr keine Spinnen reinkommt? Ja, das wollte ich auch Schmuck sagen. Ach, das ist Interfank. Dann werden gar kein Reinkommen, weil das... Guck mal, da brennt ein Nachbar. Und das hat dort. Oh, die Nachbarn. Ich gehe mal die Nachbarn begrüßen. Ja, mach mal. Schafis! Ich muss gleich wieder runter in den Keller noch mehr Koppel holen. Nein. Oh, eine Spinne. Sache, guten Tag. Hallo. Komm mal hin, ich schüttel. Ähm. Okay, der Delay mit den Spinnen ist das... Ja. War nicht ganz so heftig wie sonst. Ist ja noch vorhanden. Ein bisschen war das eben schon noch. Aber es kann natürlich auch sein, dass man... Mein Kampf gerade sowieso irgendwie ein bisschen rumspackt. Das liegt voll und flüssiger. Okay. Ja. Also, auch mit dem Serverdingen, der setzt irgendwelche Blöcke immer nicht richtig. Ich habe mir jetzt gerade Probleme. Vielleicht hat er auch wieder nur dein Internet wieder Probleme. Ey, wenn wieder 5,5 Stunden das Internet ausfällt, ne? Dann lache ich dich noch härter aus. So. Eine Stufe. Oh, ein süßes Einer Fenster. Nein. Wieso hat dein Zimmer ein Dach und meins noch nicht? Hä, warum willst du wissen, welches Zimmer wem gehört? Weiß ich nicht. Aber hast du schon richtig erkannt? Das meins ist das mit dem Dach. Ja, würde ich jetzt aussagen. Das ist, äh... Oh, tatsächlich. Ich habe noch kein Holzmärcher. Okay, und nur noch ein Getreide. Tyronimo! Ah! Autsch! So. Und noch ein Getreide ist fertig. Ich laufe... Oh, Mann. Ich muss jetzt echt irgendwie mit diesem stummen Zammelmot hinbekommen. Dass ich nicht immer auf Shift... Wieso habe ich mir das überhaupt noch auf Shift gelegt? Das ist so dämlich. Ich brauche hier natürlich auch noch Fackeln ab. So. Weiter geht's. Und wieder eine neue Datei. Juhu! Aber das ist ganz praktisch, dann weiß ich nicht, dass mein Flapps noch aufnimmt. Ja, wenn ich auf die roten Zahlen bei mir oben rechts achten würde, würde ich es auch merken. Ja, stimmt. Die habe ich auch noch. Also unser Haus sieht langsam häuslich aus, so am Haus mit den Fenstern. Echt? Mit dem Dach. Krass. Ja. Ich könnte hier ein Screen schon drüber schicken, weil du kannst auch einfach rauskommen. Ja, gleich. Wie viel brauche ich denn? Da brauche ich sechs und ich kriege vier raus. Treppen sind ja voll unlukrativ. Ja. Das sind scheiß hohen Bäume hier draußen immer. Ja, die sind aber auch erst mit 1-1, glaube ich, gekommen. Nein, die sind schon immer so hoch, diese Bäume hier von diesem Biom. Echt? Ich war in dem Biom noch nicht. Ich bleibe meistens sowieso immer lieber am Eim und ich hasse das Sumpfbiom, weil ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nutzlos. Also meine Map, die ich so oft immer gebaut habe, da habe ich auch in diesem Biom gebaut. Da sind die Bäume auch immer so schrecklich hoch. Ach, ist das dieses Fichtenbiom oder sowas, ne? Keine Ahnung, was das für Bäume sind. Das müssten Fichten sein. Glaube ich halt so Tannen. Also halt typisch Winterbiom. Ja. Stimmt das, dass die jetzt wechseln auch? Die Biome? Also die Jahreszeit? Ich weiß jetzt nicht, ob die Jahreszeit mitzieht. Das habe ich jetzt noch nicht so beobachten können. Ich selber ordne nicht. Ich habe es auch nur halt gehört. Na. So. Ich gehe mit einer Axt Holzfarm. Nack. Verlauf dich nicht. Wie gut, dass das Haus nicht weit ist. So. Ich gehe mit nur noch ein paar Äxte drin. Juhu. So. Ach, verdammt, die Axt hätte ich noch. Ich habe gar keine Axt. So, das sollte jetzt reichen. Das heißt, das Dach dürfte gleich komplett sein. Ja, doch, das sollte reichen. Zack, zack, zack. Wir reichen an den Rohr. Ach, die beiden da sind drüben. Ich bin schon klein. Wenn ich mich nicht so oft verbauen würde, würde sie auf jeden Fall reichen. Ja, man kriegt ja wieder Steintreppen raus. Ja. Zum Glück. Geronimo. War ja mal nicht so, ne? Ja. Und das hat dann auch Jahre gedauert, die abzubauen. Fast so schlimm wie Obsidian, ne? Ja. Das haben wir zum Glück auch runtergesetzt. Echt? Und bei Redstone ja auch. Ja. Ist vielleicht übertrieben gewesen. Rotstein. Warte, ich zimmere mir mal kurz noch ein Dach rein. Ah, gut, die Fenster da müssen wir noch anpassen. Aber sonst sieht das schon ganz gut aus von außen. Wie die Fenster anpassen? Hast du oben einen Erdblock drin? Nee, jetzt ein Holzblock. Der müsste da noch raus. Da müsste eher ein Steinblock rein, glaube ich. Wo? Ganz oben auf dem Dach. Nee, da kommt ein Holzbalken. Nee, weil der nach außen, der sitzt ein zweit außen. Guck's, wir wollen draußen an, das sieht komisch aus. Nein, warte mal. Dann baue ich hier Dreierfenster rein. Ja, das war auch eine meiner Fragen. So, warte, ich komme mal runter. Hüpf. Ja, stimmt, das heißt, der oberste muss schon Stein sein. Ne. Kommt und auf den dann auch nochmal Slaps oder... Ach, ich habe gar keinen Stein mehr. Ich brauche nur die Fackeln, die gehen ja weg wie so ein Semmel hier im Haus. Eigentlich nicht, oder? Da braucht dann... Da muss dann kein Slap mehr drauf, ne? Nö. Hat sie denn jetzt schon... Oh, das ist ja hier drin überleutig. Dann setzen wir das gleich kurz runter, pflanzen das an, was wir haben. Zack, die mache ich auch nochmal. Dann sitzt die Metron. Ist das Zuckerrohr auch schon gewachsen? Ja, das Zuckerrohr ist auch schon gewachsen. Ja, und das wäre ich nämlich nicht nur aufsachen, siehste? Ich dachte, das wächst nur aus Sand. Ja, es tut mir ja leid. Das war keine Absicht. So. Dann reiße ich hier mal den Holzbalken raus. Und wieder eine neue Datei, juhu. Also sonst nicht. Ja, nicht hier, hier, nicht hier. Irgendwie scheint es so zu sein, als machen die Verbesserungen alle schlechter. Ob die fallen drauf, die Frameranzahl geht runter. Ja, und äh... Also sowieso die Härte, ne? Ja, okay. Beziehungsweise schöne Texturen angemacht. Oh, die Frameranzahl geht von 8 auf 20, juhu. Jetzt komm mal die Aufnahme an, nix mehr mit 20 Frameranz. So, Holz. Will ich haben. Ach, dummes Holz. Geht auch noch ein bisschen Rohholz. 44. Ich springe jetzt vom Dach und versuche ins Wasser zu kommen. Au! Nicht geschafft. Oh, und ich hab Hunger. War keine gute Idee. So, dann ist das Dach jetzt fertig. Das sieht leicht komisch aus. Das Haus an dich oder das Dach? Alles. Sieht so dahingestockelt aus, ey. Ich mein, ist es ja auch letztendlich, aber... Oh mein Gott. Guck mal, das muss ich später eh noch umreißen, alles oder nicht? Das musst du dir echt mal angucken. Ich pflanze unten mal ein bisschen was an. Guck dir das mal an, ey. Ja, warte, hier muss noch ein... Ja, da... Dreierfenster noch mal. Mal schauen, ob das aussieht dann. Hier oben auch. Da kann man ja dann noch alle anfassen. Aber erst mal baue ich über so ein paar hin. Ich finde, da geht aber auch weg wie war mir so ein Menü. Ich dachte... Ich hab mal ne Schaufel, weil ich grad sagen, ich hab mal ne Schaufel. Das Haus noch mal von außen angucken. Oder was hast du gerade gesagt? Ach, da kann man ja gar kein Fenster inbauen, das ja. das wasser also von der haustierseite gut weil es doch halt andersrum drauf ist das sieht natürlich ein gewöhnungsbilder ja sonst sieht es doch gut aus was du hast vergessen hast das überstehende auf der zweiten seite dann stimmt der die fehlen wir noch deswegen sieht es noch ein bisschen komisch aus ja das will ich jetzt auch sagen so dann stelle ich schon mal mein ob das war dein bett nehme ich jetzt wieder dein bett ich will nicht in den ofen da ist gar nichts mit drin dann kann ich den einen ofen schon wieder unten nehmen seine ofen auch leer kohle raus und nach unten nach unten ja man kommt übrigens noch an alle felder ran ohne aufs feld gehen zu müssen das ist doch praktisch hast du es schon tiefer gesetzt ah 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 die junge oh mein gott die tür hakt ja das hast du davon hier weil ich habe eigentlich ich habe mich eigentlich auf das zuckerrohr geklickt aber der kam nicht so schnell hinterher irgendwie gerade da hat er mich wieder hinter die tür gesetzt und dann warst du da im weg ich habe mich geschlagen ich glaube man kommt man kommt dann alles an ich brauche noch gar kein zuckerrohr doch dass sie doch da die bücher später schon mal dann haben wir schon mal ein bisschen was meine getreide kommen wir eh noch nie voll bauen aber tiefer gesetzt hat das jetzt schon alles naja perfekt ist tiefer gesetzt dann könnte vielleicht noch hinten am rand weil ein gb ein gemachtes geht wenn du mal hier in die ecke guckst wo man das nicht sieht doch guck mal komm mal her komm mal her gucke mal hier in die beete unten das ist ein kleiner ein pixel kleiner ja mussten das machen müssen wir auch noch mal irgendwann weg machen aber das ist nicht so wichtig dann müssen wir weg machen ach so da kommen wir später sowieso die pistens hin oh mein gott jetzt habe ich es verraten das war doch klar dass wir hier automatisiert das dann abfahren lassen gerade haben wir mich jetzt wieder nicht durch die tier letzten ab soo was wollten wir noch machen um das dach wollte noch machen keller wollte ich gerade noch genau wo ich jetzt mal die öffnen den keller packen da wo sie hingehören wo ich jetzt da hinten mal eine basteleckel brauche ich cobblestone für das heißt ich jetzt hier cobblestone farm das ist ja nicht mal heller es ist dunkel nun in der hülle meine ich jetzt was machst du cobblestone farm jetzt kommst du uns haben ja wofür für den raum damit man den ball schöner bauen kann noch da komme ich nicht mehr ran und hier ist auch wieder kohle auch ein block kohle übertreibt es nicht wahrscheinlich mal die rest schon weg gebaut und haben den übersehen schaufel dann zack 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 da noch nicht da ist also die beiden noch weg muss ich mich noch ein weiter bleiben soo ach ja ach ja ja und die schafe gucken wir dabei zu ich fühle mich so beobachtet muss ich angst vor denen haben ich glaube nicht na gut so da noch kisten dann rein dann würde ich sagen da noch dann dann das dach ist gleich fertig auf der rückseite haben wir übrigens gar keine fenster und an der seite auch relativ weh ja das habe ich noch nicht so ganz fertig du bist ja so leise hm jetzt bin wir zu leise oder was ja wartet hä besser oder ja ein bisschen gut und lag ich gerade daran dass frebs wieder eine datei gemacht hat toll obwohl ich jetzt schon mehr speicher gegeben habe als eben und äh keine ahnung nachher von den stunden und da komme ich nicht an den letzten wetten war ja klar und ich fall runter das war ja noch viel klarer hm da so und das dach ist fertig oh da kommt ja auch wieder nicht an den letzten ich bin so schlau heute so ich habe gar nicht geguckt immer noch 1 0 Ecke für Brügge und ich habe eine Nachricht bei ICQ wow ja ach ist auch Halbzeit und wer ist es du glaubst nicht wer es ist Flo Mann wo weißt du das ja wer denn sonst ach frag doch wann alles ist lernen ne äh Lina ja schau mal ja ne ich habe geschrieben nein Minecraft Aufnahme ich bin das an die Rette auch nicht geglaubt ne ja eben soo wo bist du denn unten im Keller ach im Keller und ich geh gerade hoch ich komm mal gucken hm na du hast ja die Ruhe weg wieso hat er geschrieben wo haben wir naja mehr oder weniger ne mehr oder weniger so ja äh achso brauchst du die da hin da müssen wir aber ne ganze Batterie machen ne ja ich habe nur kein Koppel mehr Moment da müssen noch äh acht Stück sechs Stück ach die Decke hier oben ist auch noch noch wie gefällt dir das mit dem Werk denken warte nein was man auch noch machen könnte irgendwo so ein Mülleimer brauchen wir auch noch muß da ein drüber ne aber es sieht besser aus vielleicht dann kann man so 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 weil das ist eine arbeit Bank wenn man nicht drauf arbeiten kann deswegen dachte ich jetzt so wir brauchen eigentlich noch einen Müllarmer ne wo wir Sachen reinschmeißen ja dann machen wir dann in die Ecke irgendwie so einen kleinen Lava bot ich nur einen einzigen ne ne wir machen das dann so dass wir irgendwie mit dem Piston eine von den Werkbänken nach hinten fahren können und dann darüber die Lava und dann runter die Lava weil Lava äh geht durch die Werkbank dann in Brand oder oder wie oder wie willst du das machen oder einfach nur dann wegschmeißen einfach so ja wegschmeißen dann wäre Lava drunter in die Werkbank oder Wasser ist das scheißegal Lava oder dann oder dann da drunter noch eins weil die springen dann gerne mal die Items wenn du sie in Lava wirfst also die kommen noch einmal hoch da kommt dann irgendwo jeden Schalter hin dass die Werkbank ein nach hinten fährt und dann zwei da drunter Lava und dann genau aber erstmal brauchen wir Sticky Pissens dafür da bräuchten wir Schleime 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 ähm ja das Dach ist fertig Keller sieht soweit ziemlich gut aus ähm dann können wir bald die 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 Höhle hier mal Quartal gefunden oder was hast du ja und dann würde ich sagen wenn wir dann dann kriegen wir ja auf jeden Fall Redstone und so ein Kram dann können wir fast schon danach die Monsterfalle bauen ja hast du hier noch Stein ja 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 wir werden die neue Datei nur so drei vier Minuten macht jetzt scheiß neue Dateien ey halt das muss ich irgendwie noch wieder rauskriegen seitdem ich andere gespielt habe ist das vorher geht das nicht so ich habe jetzt mal drei spitzhacken und drei spitzhacken und zwei schaufeln und ein angedeckte schwert da mache ich mir aber auch noch ein neues mal also aus stein alles natürlich stein sollte erst einmal reichen für eine kleine erkundung natürlich was so wartet das funktioniert nicht nee das geht nicht da brauchen wir das haben sie immer noch nicht gefixt mit einer geliebt aber auch an den signalen ja da braucht man in den werter ich war jetzt und schaltung eine kleine drunter ja ich weiß es und das muss das machen wir dann nach faul an der außenbahn an rafael of geiler name zückt kolumn die gelbe den anschließenden freistoß zieht wacke ist auf tor doch da ist er wieder unser keeper ziele erklärt abstoß und zeit noch was machst du denn was machst du denn ich gehe durch die tür aber der haft ist nicht ja das habe ich so ich brauche noch und mit klacken aber hier fehlen auch noch ein bisschen licht da 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 ach so du setzt dich auf die ebene ja du hast ja immerhin höher ne nee so ist ja gut weil da ja die schilder noch hinkommen die kisten da drüber und drunter dann fangen wir echt schon unsere erste höhle mal ein bisschen zumindest ein bisschen oder ja hast du alles weg alles wichtige ich hab's hier vorne meine in die kiste hier getan ist das dann in der tag ist dann mach ich hier drüber dies als meine auf einmal ich wollte mein bett oben noch hinpacken lassen uns einmal noch eine nacht schlafen dass unsere spawnpunkte jetzt richtig sind stimmt nach dem server aufsetzen stimmt wir haben noch nicht geschlafen ecke 96 jetzt aber panda kommt und zieht den ball vorstor doch akkala erklärt per kopf die stimmung im jan bredel stadion ist besten so wünschen wir uns das von unseren fans jetzt